Hallo, wir haben jetzt was Neues. Die Hörbar-Nummer. Jetzt können Sie rund um die Uhr bei dieser Nummer anrufen und eine Andacht hören mit dem Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Buchköbel und Nidderau. Und das hört sich dann so an. Hallo und herzlich willkommen bei der Hörbar, der Andacht am Telefon im Raum Nidderau und Buchköbel mit Pfarrerinnen und Pfarrern aus der Region. Mein Name ist Burkhard von Dörnberg, Kirchengemeinde Isikheim. Und was Sie dann genau Geistliches hören, dafür müssen Sie einfach die Nummer wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017